hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren part von aragami ja wir müssen hier durch wir müssen hier weiter wir brauchen den letzten talisman um jamiko und ihre kaiserin zu befreien aber es ist klar dass mit den beiden damen irgendwas nicht stimmt warum sonst hat ein ganzer clan solche angst vor ihr vor ihr und ihrem volk dass sie gleich auslöschen mussten ja warum wohl so so noch ein schreien und ein speicherpunkt oh ich bin so glücklich was hier scheint aber niemand zu sein ist denn hier etwas versteckt vielleicht schaut nicht so aus aber irgendwo müssten hier licht kugeln sein kann ich hier raus tatsächlich und jetzt ich sehe schon großartig einfach großartig er kommt zurück er kommt zurück er kommt zurück ich will hier raus und tschüss und in die schatten mit ihr gut der erste ist schon mal weg wusch dann probieren wir uns den da drüben zu schnappen und weg mit ihr bitte schnell bitte schnell bitte schnell bitte schnell und raus hier kommt er schon ich brauche schatten so ist gut und warten und kommt da jemand ich glaube zwei haben wir angelockt da ist glaube ich ruhig oder so viel zu ruhig kann ich schon mal zu vorn machen scheiße super bravo zocki das hat wieder ganz fein gemacht wo sind wir hier beim element wind wahrscheinlich wird das sein war schon nebenbei jetzt kommt er zurück schleiche schleich schleich und tschüss sehr gut sehr gut erstes mal erledigt ich gehe gleich mal wieder raus hier aha der geht weg ok ist gerade gar nicht so gut weil der ihn eventuell da wäre es gut ihn hier zu ermäucheln und zu ermorden weil da drüben sind zu viele Leute die ihn sehen tun aha der steht schon mal richtig der steht schon mal an seinem Platz und tschüss ich bin nur wahnsinnig und lebensmüde und sonst geht es mir gut alter da wird mir vielleicht ein Glöckchen helfen ganz recht mein Glöckchen ich hätte es mit der Falle kombinieren sollen das sind glaube ich ein paar die und tschüss ja und wieder versaut ne aha der kommt von drüben her meine Güte ja ich muss mir das echt merken im Fall mit viel mehr Geduld spielen jetzt wenn ich es ganz besonders schlau mache könnte ich hier dann nicht jetzt insgesamt vier gleich ausrotten mit einer Falle so und mit der na würdest du weg hüpfen hüpf weg hallo nö das hat sich überhaupt gar nichts gebracht nö und nochmal naja ich dachte nur ne da ist besser drüben angelegt das Ganze ah tschüss wow langsam und zack und weg mit dir vielleicht doch zuerst na den Bogen schützt den auf jeden Fall weg der muss auf jeden Fall weg steht er da er steht drüben ne ist das riskant es ist riskant weil drüben einer kommen könnte da ist es besser hier zu warten und zack frack und ab mit dir die Schatten so was nun da drüben sind eindeutig zu viele Grattler ich weiß jetzt ja nicht kurz mal warten der da drüben kommt jetzt eh her also du bist in die Nähe dann hau mal ihn da mal weg das müsste funktionieren hoffentlich so und tschüss jawohl weg mit dir so jetzt zu dem Grattler da drüben beziehungsweise zu dem da unten welchen zuerst da drüben ist ein Bogenschütz jetzt geht er weg na geht nicht so viel dazu der geht weg der geht ganz fix weg der muss ich umhauen dann ist er weg ist hier jemand noch nicht boah und weg mit dir so der ist weg alles gut wow wow da drüben da drüben wäre Schatten ne naja ein bisschen was haben wir da da wird sich auch prima was eigenen zum verstecken echt kann ich da rüber zumindest an die Wand ja ok da ist nix wo ist der Grattler hin da war doch einer ah ich seh ihn kurz verstecken jetzt kommt er wieder her ne die zwei müssen mal zuerst weg inklusive der Bogenschütze das ist sehr gut wie der geht und weg 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 wie geht denn das jetzt wie kann ich mich da jetzt durch rein und weg schießen durch rein und weg schießen hey das ist gemein du Sau gut da muss der Bogenschütze zuerst wieder mal weg natürlich muss der zuerst weg was ansonst scheißen dreck ach komm jetzt ist das so schön gewesen da zusammen zack der ist weg boah fall mir da jetzt ja einer drunter der ist mal weg gut dann der nächste langsam Und weg mit dir. So, wusch. Und der nächste. Der kommt gerade. Perfekt. Wenigstens das stimmt jetzt mal, das Timing. Einigermaßen. Komm her. Du Mistfink. Und wusch. Jawohl. Und in die Schatten. So, dann wusch. Ah ja, da habe ich gesagt, den Bogenschützen da, ne? So. Den muss ich jetzt zuerst ausradieren. Gut. Und in die Schatten. Komm. Sehr brav. Und in die Schatten. Gut. Wusch. Und jetzt. Den Bogenschütz zuerst ausschalten. Das ist nur die Frage. Gut. Gratler ist nicht da. Das heißt mal so. Mal so. Aber der da drüben, ne? Wusch. Und in die Schatten mit dir. Ganz schnell. Nein, nicht oben fallen. Du Idiot. Du bist so dämlich. Und ich habe einfach nur Glück. Wow. Das ist glaube ich, der war der, der im Kreis rennt, oder wie. Na, sind doch zwei Schienen. Boah. Tschüss. Na, komm nur her. Und weg mit dir. So. Schnell weg. Jawohl. Dann rauf hier. Na, rauf. Du müsstest hier rauf. Rauf. Dann schauen wir uns halt zuerst hier um. Hier liegt keine Schriftrolle. Hätte ja sein können. Dann vielleicht den da drüben zuerst umhauen. Ja. Wäre schlauer. Hoffe ich. Komm. Und? Ab mit dir in die Schatten. Sehr gut. So, jetzt haben wir schon mal. Das haben wir schon mal. Das ist gut. Darüben ist noch so ein Gratler. Sehr fein. Auch in die Schatten damit. So, und dann ist noch der da oben. Dann haben wir normalerweise die Seite hier schon mal. Was? Oh, oh. Oh. Das war jetzt nicht klug von mir. Ist er weg? Oder kommt er noch? Ah, da kommt er. Ah, da kommt er. Im Licht steht er. Und tschüss. So geht's auch. So. Fein. Das haben wir jetzt auch. Sehr gut. Jetzt wäre es mal gut, vielleicht da runterschauen, ne? Ist hier irgendwas versteckt? Nein. Schaut okay aus. Scheint auch okay aus. Also scheint auch gut zu sein, dass da nichts ist. Was haben wir hier? Aha, wie ein Symbol. Ist das was? Nein. Ist einfach nur so. Da traut ich mir jetzt nicht genug. Da haben wir nichts sauber gemacht. Noch nichts geklirrt. Was wir jetzt aber machen müssen oder dürfen oder sollen. Ach ja, ihr Mini. Ich habe das Licht vergessen auszuschalten. Ich bin so schlau. Ich bin ja so schlau. La, li, la. Das doofe Licht. Hurra. Da, 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 ba, ba. Da drüben das Licht ist an. La, la. Das ist nicht gut. Nein, nein. Usch. Vor allem da drüben ist ja noch so ein Gratler. Der da. Den müsste ich eigentlich auch noch. Und so. Husch. Husch. Mist. Und zack. Mit F. Fein. Sehr gut. Jetzt noch auf den Kerl da warten. Na nö. Wo geht denn der hin? Aha. Wuschtaram. Und tschüssi. Fein. Sehr gut. Wow. Den haben wir auch. Da ist wieder keine Schriftrolle. Mhm. Okay. Und da oben krebst da mal noch einer rum, oder? Das ist nur die Frage. Da muss ich da drüben rauf führern, ne? So. Oder habe ich es mir eingebildet? Oder habe ich den etwa schon besiegt? Das könnte nämlich auch sein. Schaut so aus. Haben wir denn hier etwas versteckt? Nein, ich möchte... So. Nein. Hm. Da oben ist noch was. So. Okay, keine Wache. Das heißt, das wird ausgeschalten. Eine geschafft. Drei übrig. Yeah. Und so wie es ausschaut. Nebenbei auch gleich noch alle... ...Gegner besiegt. Das wäre auch ein schönes Platz halt gewesen... ...für eine Schriftrolle. Die sind hundertprozentig allesamt ganz, ganz furchtbar böse versteckt. ... ... ... ... Nein. Haben wir noch mehr von diesen komischen? Nö, ne? Nein. Das heißt, wir können eigentlich gleich wenn ich rüber... Nein. Dann eben auf den herkömmlichen Weg. Na, würdest du? Die Schattenmacht ist zu wenig. Dann laden wir sie halt voll auf. Mal kurz warten. Drei Stunden später. Spaß. Voll wie ein Christbaum. So, schleich, schleich, schleich. Husch. So. Nein, nicht oben fallen. Da waren wir schon, ne? Ähm. So. Ach so. Äh, so. Und Uruk. So. Die haben wir ja schon mal. Ah, schreien. Ähm, soll ich... Nein, ich spare den lieber auf. Einmal geht ja noch. Ich spare ihn lieber als Notgroschen auf. So. So, mal was verstecken tun. Boah. Ha. Jetzt bloß nicht fehlen. Dom ist ein Bogenschütz. Großartig. Wo geht er hin? kurz abwarten. Okay. ich da raufkommen? Schreibe ich. Hä? Ganz da oben. Oh weia. Ganz da oben. Okay, verstehe schon. Aha, geht er immer da links rechts oder wie? Da ist zu viel Licht. Aha, da kommen sie schon. Mhm. Mhm. Eine Falle zahlt sich hier glaube ich nicht aus. Na nü, ich würde den gern. Na. Yes. Und weg. Schnell, 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 schnell. Und in die Schatten. Wow. Ich würde gern zum Speicherpunkt kommen, ehrlich gesagt. Ah. Super. Ähm. Hm. Na, hüpf. Und tschüss. Na tschüss. Mach ihn fertig. Was tut er denn da? Wieso hat er denn jetzt nicht angegriffen? Ja, sicher. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt kann ich den ganzen Dreck nochmal machen. Warum hat er jetzt bitte die Leertaste nicht genommen? Wieso hat er denn jetzt nicht umbringen wollen? Was ist los mit dir? Spinnst du? Ich hab halt keinen Bock. Ja, das hab ich auch grad gemerkt. Jetzt zahlt sich's auch gar nicht aus. Ich muss nämlich leider Gottes die Aufnahme wieder abbrechen. Also die Aufnahme Session muss ich sagen. Weil ich heute nicht so viel Zeit hab. Jetzt zahlt sich's gar nicht aus, da noch weiter zu machen. Hm. Hey, das find ich jetzt aber grad voll unfair. Das ist echt Betrug. Muss ich echt sagen. Wieso hat er die jetzt nicht genommen? Wieso hat er die jetzt nicht genommen? Das ärgert mich jetzt aber. Tch. Unfassbar. Stand doch hinter ihm. Müsst doch gepasst haben. Naja. Naja. Äh. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Das ist alles irgendwie... Puh. Kacke. Hm? Im wahrsten Sinne des Wortes. Naja. Dann würde ich sagen, ähm... Wie gesagt, es zahlt sich nicht aus, das jetzt nochmal zu machen. Weil, ähm... Ja. Naja. Ich brauch da halt jetzt ewig, ne? Bis ich da... Und so weiter. Naja. Na gut, na schön. Ähm... Da würde ich sagen, ich beend das Ganze mal. Auch wenn's ein bisschen früher ist, als sonst. Ähm... Naja, okay. Ein paar Sekunden nur. Geht eigentlich. Ich find's grad kacke. Das war echt schön. Und, na... Dann schön hergelockt. Hat alles gepasst. Und dann moichelt er nicht nieder. Was ist los mit dir? Ja. Echt. Kommst gleich in die Pension. Naja. Das ist halt mal wieder Pech. Ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.